Ich werde zu Hause bleiben. Ich werde ganz nebenbei meiner Tochter beim Erwachsenwerden zuschauen. Ich werde Ballettaufführungen mit ihr besuchen, Sinfoniekonzerte. Ich werde sie in die Welt der Dichter und Philosophen einführen. Sinfoniekonzerte. Haben Sie Kinder? Kinder sind etwas Wunderbares. Sie machen aus uns bessere Menschen. Bis dann aus dem kleinen süßen Kind plötzlich ein Puppertier wird. So gehst du mir nicht in die Schule. Mama Papa, ich krieg dich wieder ein. Du ziehst dich jetzt um. Du ziehst dir was anderes an. Bitte lieber Gott, bitte lass es ein iPhone sein, bitte. Alles wieder zum Geburtstag. iPhone. Das ist ein Start-Super. Echt geil. Siehst du, was habe ich gesagt? Sie freut sich. Ich muss das eigentlich noch verarbeiten, Papa. Für mich ist Erziehung Kommunikation. Vielleicht sagen wir mal guten Abend, junger Mann. Carla, du musst aufstehen. Bald ist es fast unmöglich, die Bieste wach zu kriegen. Carla, es ist Zeit, aufwachen. Es wird lebensgefährlich. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Du hast schöne Augen. Du hast auch wunderschöne blaue Augen. Wie die von Fiona aus Schreck 2. Also, bevor sie ein Oger wurde. Morgen auf der Party. Machst du bitte nichts Peinliches? Hey, ich bin der Master of Disaster. Nein, nein! Fickst du noch ganz richtig? Was bitte hast du verbrochen? Ich liebe meinen Körper! Ich liebe meinen Körper! Das ist mein Mädchen! Schau mal, meine geilen Rathausen. Wie eng die anlegen, wie geschlechtsbetont die sind. Ich werde wahnsinnig. Es ist das Grauen. Guten Morgen, guten Morgen! Ich brauche eine verlässliche familiäre Struktur und verbindliche Rituale. Ich hab dich lieb. You are the love of my life. Ich würde gerne Moritz besuchen, lieber Papa. Ich würde gerne da übernachten. Du, gar kein Problem, klar. Echt? Meine, wir nehmen im ein 20. Jahrhundert, hallo? Was? Glaubst du, das habe ich ernst gemeint? Hallo! Hi!